Diese ganzen hier Sandalsocken in Sandalen oder Sandalsocken in Adiletten, die gibt's wirklich, die gibt's wirklich, ganz Mallorcas voll mit denen und so. Ich finde das schlimm, ich finde das schlimm. Echt, das sollte doch bestraft werden oder zumindest sollte man da eine Steuer drauf erheben. Ich hab mir gedacht, wenn die da eine Steuer drauf erheben würden, könnten sie mit dem Ballermann Spaniens Wirtschaft retten. Ehrlich? Wäre so eine Schlagzeile, Deutschland rettet EU, Zahl der Einheimischen mit Augenkrebs sinkt. Merkel, Merkel würde so einen Stern bekommen auf dem Walk of Shame. Kennt ihr den? Das ist so der, wo man vom Ballermann zurück zum Hotel läuft und hinkotzt. Und dann würde das der Rest der EU nachmachen. Die Griechen würden sofort Steuer auf Feta erheben. Gut, die würden dann zwar alle nur noch Gouda essen, aber das macht nix. Und ich finde überhaupt, man sollte so Steuern auf so modische Sünden und auf so Sünden allgemein. So zum Beispiel Steuern auf Unterarm-Tattoos bei Fußballern. Oder Steuern auf fette Amerikaner. Oder Steuern auf so rosa Stiefelchen bei Russinnen. Ja, ehrlich. Oder auf so Assi-Kindervornamen. Ja. 5% auf Kevin. Ja. 10% auf Marvin. 20% auf Justin. Ja. Ja, wirklich. Wirtschaftler gerettet. Aber diese Sandalen in Socken, Socken in Sandalen, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Finde ich irgendwie richtig ekelhaft. Das ist wie, als würde man ungeschminkt an den Strand gehen oder so. Generation Gag. Nur in 1Live. Tja, ganz schön lustige Comedians dabei, oder? Finde ich auch. Hier ist das letzte Video. Wenn ihr noch mehr lachen wollt, könnt ihr euch das letzte Video angucken. Wenn ihr dann noch viel, viel mehr lachen wollt, dann könnt ihr euch die komplette 1Live Generation Gag Playlist angucken. Einfach mal hier klicken und wenn ihr sagt 1Live, ich kann gar nicht genug von euch bekommen. Abonniert den YouTube Channel. Der läuft hier unten lang. Und ja, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt mal darüber. Andere Seite des Internets. Generation Gag. Nur in 1Live.